Wir haben noch einen Weinsittich. Können wir sie nicht mal besuchen? Klar Kinder, heute um vier? Klar, super. Chico, wir haben Besuch. Oh, ist der toll. Was frisst der denn? Drill natürlich. Da hat er alles, was er von Natur aus braucht. Ausgesuchte Saaten und das wertvolle Nutrivitkorn mit Jotes 11. Du Sven, ich möchte auch so einen. Vogelexperten vertrauen Drill für ein munteres und gesundes Vogelleben. Auf der Karriereleiter nach oben, unermüdlich, landete er immer wieder einen Millionen-Heb nach dem anderen. Jetzt stürmt er die Charts mit einem neuen starken Auftritt. Ich finde, das ist prima. Der neue Renault 5 Prima! Rhein-Oktisch L. Arnie. Wirklich? Was Sie nicht sagen? Unglaublich spritzig. Was spritzig? L. Aus der Tiefe der Nacht. Quatsch. Nicht möglich, tatsächlich. Schon allein die L. Hm, seit wann? Ich sage nur alles oder nichts. Doch, doch, L. Was, L? L. So, und jetzt ein Yes. Ah, der Herr macht ein Päuschen. Und was ist mit meiner Torte? Ja, was ist denn das? Schauen so jetzt unsere Torten aus? Oh, was für eine zeigte Creme. Und dieser leichte Biskuit? Hm, ein Meisterwerk, Junge. Hast doch etwas bei mir gelernt. Hm, sag Ja zu Yes. Aus einem Blumenkohl kann entweder ein gekochter Blumenkohl werden, wie meistens. Oder aber ein Blumenkohl-Salat. Oder ein Blumenkohl mit Brokkoli. Oder ein kreolischer Blumenkohl. Denn jetzt gibt es Kochen Sie mit! Das neue große Sammelwerk, das sich Blatt für Blatt ergänzt und Ihnen unzählige Rezepte verrät. So einfach und übersichtlich, wie Sie es vielleicht noch nie erlebt haben. Mit klar gegliederten Rubriken und tausend Tipps und Stichwörtern. Kochen Sie mit! Jetzt Woche für Woche, wo es Zeitschriften gibt. Dusch das, das Duschass. Schon beim Öffnen merken Sie, Dusch das ist anders, frisch und ungemein belebend. Da können Dinge passieren. Dusch das, das Duschass. Visier fordert Sie zum großen Vergleichstest. Mhm, ich hab Visier getestet. Fahrradschmiere, wie hier auf Ullis Bermudas. Ganz wenig reicht schon. Für so ne tolle Sauberkeit. Machen Sie selbst den Visiertest. Los, wir müssen weiter. Aber ich hab Durst. Hier, ne Limo. Ich brauch noch mehr. Mehr? Die beiden. Die sollen mal Punika nehmen. Au ja. Ja, die Punika-Oase. Voller Frucht und mit natürlichen Vitaminen löscht Punika-Nektar den Riesendurst. Ohne Zuckerzusatz. Guck mal, die Punika-Oase. Der hat ja Punika. Hier Jungs, nehmt nen Schluck. Ich auch. Los, komm doch rüber in die Punika-Oase. Gibt's doch Punika? Wo denn? Wo denn? Wir Jungs, genug für alle. Die Punika-Oase. Mehr Frucht, weniger Durst. Neu von Meister Proper. Der saubere Dreh bei der Meister Proper Reinigermilch. Aufdrehen, putzen und wieder zudrehen. Kein Eintrocknen mehr. Aufdrehen, putzen und sauber wieder zudrehen. Die neue Meister Proper Reinigermilch. Wenn die Stimme versagt, weil der Hals rau ist, nimm Wickblau. Wick. Extra stark, extra frisch. Wickblau-Halsbonbons. Extra stark, extra frisch. Jetzt auch im Taschenformat. Fräulein Wild. Müssen Sie denn immer aus der Reihe tanzen? Mutti, der denkt, du wärst ich. Quatsch. Schon bei dem Body und der Haut? Vererbt sich das? Tja, erben. Und was tun? Oil of Olas? Ich? Das gibt der Haut die Fluids zurück, die sie verliert. Schon in deinem Alter. Sie trinkt's, sie braucht's. Diese Fluids gleichen dem deiner Haut. Das siehst du. Alles weg. Klasse. Ja, das tanzen wir echt aus der Reihe. Ja. Beauty Fluid und extra sensitive. Oil of Olas. So wie die junge Haut. Jetzt. O-Dol-Med 3. Die Zahncreme mit der Dreifachprophylaxe. Gegen drei Probleme, die jeder Zahnarzt bekämpft. Erstens, Karies. Zweitens, Parodontose. Drittens, Entzündungen durch Zahnsteine. Entdecken Sie O-Dol-Med 3. Weiß bedeutet Kariesprophylaxe. Rot bedeutet Parodontoseprophylaxe. Blau bedeutet Prophylaxe gegen Zahnsteinneubildung. Die Dreifachprophylaxe in einer Zahncreme. O-Dol-Med 3. Die Dreifachprophylaxe. Amadeus. Komm, du Schmusekarte. Jetzt bekommst du dein Schäber. Die vielen zarten Fleischstimmchen. Ja, das schmeckt dir. Schäber. Ein Fest für Katzen. Von Bayer entwickelt für empfindliche Haut. Satine. Satine Schönheitspflege mit Bisagonol und Panthenol. Die Haut wird spürbar schöner und bleibt medizinisch gesund. Satine. Satine Schönheitspflege für empfindliche Haut. Satine Schönheitspflege. Satine Schönheitspflege. Satine Schönheitspflege.